Komm, fadamma, weg wieder. Oh Gott, ich will das ja irgendwo wegfahren. Das wird doch nichts. Oh, du. Was machst du denn da? Warum bist du da? Das soll es da unten sein. Nee, nee. Einfach nur nee. Ich sag einfach gar nichts mehr dazu. Das ist doch... Nee. Komm, was gehört denn noch alles denn hier in der Basis? Ich will doch nur die eine Basis hier noch kaputt machen. Oh, das wollte ich doch einfach nur hören. Schön. Aber wenn ich schon gerade dabei bin. Ich schieße schon wieder mit MGs. Oh, die ziehen wir jetzt doch gerne in der Ki ab. Mit MGs, verfickt. Das sind nur MGs. Nein, das sind sogar Doppel-MGs. Boah, Doppel-MGs. O-MGs. O-MGs, ja, genau. Das sind doch bloß O-MGs. Und warum schicke ich nicht noch mehr Verstärkung? Verdammt, ich brauche Verstärkung. Schickt mir alles. Oh, mir geht gleich die Energie aus. Geile Scheiße. Links, rechts. Rechts ist die Hauptbasis. Was? Oh nein. Fickt euch. Ich habe mich gar nicht gesehen. Komm. So, ihr könnt jetzt auch noch zu eins. Hätte jetzt was so freundlich, den da kaputt zu schießen. Ach, ihr trefft ihn gar nicht, oder was? Das ist so eine relative Sache, sagt er. Ach, da kann ich einfach runterfahren. Ach so. Okay. Oh nein, jetzt muss ich wieder... Oh nein, nicht... Oh, er hat diese Map gemacht. Den schlage ich tot. Oh Gott, ja, alle sind irgendwelche engen Gänge propfen. Und ja, keine Verwirkungsfreiheit lassen. Vater, alle weg. Komm. Wo hab ich's jetzt gespeichert? 32, 36. Komm. Da unten rum, das lohnt doch nicht, da unten rumzufahren. Das wird doch nix. Oh, komm. Fickt euch. Steht halt nicht dumm da in der Gegend rum. Lasst euch abknallen. Oh, ja, wie geil. Gut, dass ich so taktisch vorgehe. Deswegen verlieh ich auch so wenig Einheiten. Oh, fickt euch. Würdet ihr jetzt mal endlich den scheiß Turm einäschern? Kschsch. Die Türme, ihr Idioten, die Türme. Oh, so langsam haben sie es geblickt, war es kaputt. Warum schießt ihr die Bunker kaputt? Ihr sollt die Türme kaputt schießen. Die Türme. Die Dinger, die auf euch schießen, verdammt. Warum hab ich euch dann aufgeschickt? Nicht blöd. Was frage ich das eigentlich immer wieder? Komm, mach das Ding doch mal platt. Wenn ihr schon gerade dabei seid, alles kaputt zu machen. Nein, da ist ja noch ein Turm. Oh, noch ein Turm. Nein, das ist eine Aufhängung. Ach, Turmaufhängung. Ist doch beide dasselbe. Ihr sollt nicht die Mauer beschießen, sondern diesen verfickten Aufhängungsdings. Darum scheißen. Was auch immer. Fick dir jetzt Knie. Oder hinten ist ja noch einer. Wie geil ist das denn, bitteschön. Oh, Moment. Kann ich das von dir kaputt schießen? Nein, kann ich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Aber ich hab's fast. Ich hab's fast. Komm. Jetzt kinnst du mich wieder wie die im verfickten Cyborg. Schick mir Verstärkung. Ich brauch's vielleicht noch. Schick los. Boah, wer hat diesen ganzen Scheiß mit den engen Gängen gemacht? Der könnte auch geschlagen. Tag und Nacht könnte er geschlagen. Oder, naja, was sag ich eigentlich? Dauernd Gänge. Das sind keine Gänge. Das sind Passagen. Pässe. Bergpässe. Wer baut denn hier ne Basis hin? Da kommst du doch nie raus mit deinen Einheiten. Boah, ich glaub ich baut das ne. Ab demnächst baut ich nur noch Kette, dass die mehr aushalten. Auch wenn sie noch halb so schnell fahren. Das macht eh keinen Unterschied. Was eh viel zu langsam so in die Scheißdrecks kann. Na komm, vernichte das Ding. Nein, endlich. Alles vernichten. Alles. Oh, komm schon. Artefakt entdeckt. Ja, geile Scheiße. Wie wer ist denn immer die verfickte Aufhängung da vernichtet? Diese Scheiß... Was, was ist es? Was ist es? Schwer rumpf mannt es? Nehme ich. Keine Ahnung, ob der was taugt. Ich nehme ihn auf jeden Fall. Komm schon. Mach diesen Scheiß-Aufhängungs-Drecksding. Müll. Scheiß... Fick... Gibt es in der Mitte noch mehr? Feindliche Basis ausgelöscht. Oh. Missionsziel erreicht. Äh... 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 Gab es da noch mehr? Fählen wir es raus. Nein. Spiel. Fortsetzen. Kommander, Glückwunsch zum Sieg über das New Paradigm. Dieser Sektor ist nun gesichert. Wir haben das Nexus-Eindringlingsprogramm in den Systemen des New Paradigm identifizieren können. Leider konnten wir seine Herkunft nicht bestimmen, dass alle seine Spuren ausgelöscht haben. Vor seiner Selbstzerstörung konnten wir zwei Gespräche mitschneiden. Auszüge folgen. Öffnet eure Systeme für mich. Lasst mich mit euren Maschinen und Cyborgs verschmelzen. Wir werden den perfekten Lexus aus Mensch und Maschine erschaffen. Gemeinsam können wir eine neue Welt erschaffen. Ich kann euch Kräfte verleihen, die über all eure Träume hinausgehen. Öffnet eure Systeme für mich und ihr werdet stark sein. Ich kann euch zu Göttern über die zerstörte Erde machen. Als wir nicht reagierten, drohte es uns. Dass ihr euch in meine Pläne für das New Paradigm eingemischt habt, wird nicht ungestraft bleiben. Ihr seid schwache Wesen aus Fleisch. Ich bin stark und habe viele Teile. Ihr mögt mich hier besiegen, aber ich werde wieder auferstehen. So wie ich einst die Welt mit Feuer gereinigt habe, werde ich euch und euer lächerliches Projekt zerstören. Nexus entfernte sich dann selbst aus dem System, zerstörte die Speicherbänke und verwischte so alle Spuren einer Verbindung nach außen. Wir wissen nicht, was Nexus ist und wer oder was es steuert. Anfängliche Untersuchungen weisen auf eine Verbindung des Nexus-Eindringlingsprogramms mit der Reed Corporation hin, dem Entwickler der synaptischen Verbindung. Wir konnten feststellen, dass Nexus das New Paradigm mit einem Großteil seiner Technologie versorgt hat. Wer oder was immer Nexus auch ist, es ist mehr als nur ein Computerparasit. Es verfügt über Technologie und Waffen. Es weiß von uns und es ist nicht unbedingt unser Freund. Wir halten sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden. Eintreffende Übertragung Wir sind heftigen Angriffen ausgesetzt. Wir können unsere Stellung nicht so viel länger halten. Wir fordern sofort Ihre Unterstützung an. Kommander, Sie müssen Team Wetter unterstützen. Missionstimer aktiviert. Hm. Ich kann da aber ein bisschen mehr Schluss schicken als nur. Welche Mission bin ich denn jetzt? Oh, ich nenne es einfach 13. Fertig, aus. Da, nein mit euch. Verdammt, ich empfinde die Basis. Scheiße. Und so wenig Energie. Fickt euch. Ich hasse euch alle. Ich hasse euch. Aber gut, wir sind jetzt nur Paradigm los. Schauen wir uns nochmal kurz die nächste Mission an. Bevor wir... Oh, ich war auf 0,3. Ne, ich speichern wir noch nicht. Missions-Timer aktiviert. Feindliche Basis entdeckt. Aha. Ah, ja. Oh, geil. Nein, ich schaue uns heute noch nicht an. Geil. Toll. Da hab ich so gut wie gar nichts. Wow, was ist das? Hochexklusive Luft. Jetzt krieg ich Luftabwehr. Laser-Zielgeber für Geschütze. Egal. Es sieht aus wie coole Waffen und... Wie. Ich kann nicht mehr auf meine Hauptbasis zugreifen. Ja, doch einheitenmäßig. Gebäude wird angegriffen. Oh, nein. Ich muss jetzt mit der Basis leben. Aber ich habe nicht wieder zusätzliche Energie. Ja, doch. Sieht doch ganz vielversprechend aus. Äh, äh, äh. Ich glaube jetzt selbst, ne? Okay. Sogar drei Ölbottum habe ich direkt in der Basis. Oh, was sind das denn jetzt schon vergestaltet? Ne, ne, ne. Ja, egal. Das werden wir beim nächsten Mal schauen. Anschauen. Ja, das war mein kleines Let's Play für heute. Mehr dann... Wahrscheinlich gleich danach, weil ich gleich wieder das Ende dieses Teils und am Anfang des Nächsten gleich wieder hochladen. Aber egal. Das war's erstmal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.